es ist übrigens ein cooles biome hier vom namen her es ist nicht normale wüste sondern desert hills also wüsten berge wenn du was machst du hier um guckten ob du holz hast immer mit das ist hier hast du 50 aus dem alles das ist ein es reicht mir jetzt. Warte, 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 warte. Ich bin müde zu Hause. Schön. Hast du denn irgendwas mitgebracht von deiner Reise? Nee, die Enchantung ist verloren. Na klar. Gut. So rein. Wollen wir dann gleich mal in die Hölle gehen und Blazerots farmen? Jo, kann man machen. Gut. Bei wie viel XP bist du? Bei welcher Dingens? Du? 1. Achso, du bist ja auch gerade erst gestorben. Ich brauche ein neues Schwert. Ich kämpfe zu viel. Ich habe einen Extremschwertverschleiß. Du kannst bestimmt auch Unbreaking auf dem Schwert machen mit dem Amboss. Ja. Ja. Aber ob das was bringt, oder? Warte mal, ich guck mal gerade was. Achso. Und so. Nee. Meinst du, es lohnt sich, zwei fast kaputte Schadness-1-Schwerter zu einem mittelheilen Schadness-2-Schwert zu kombinieren für fünf Level? Ja. Mh. Mh. Mach doch daraus lieber Zeile. Mach doch dir noch ein Dingens, weißt du? Was ich meine. So ein noch Wert. Und füge die dann um. Du meinst, ich soll jetzt ein normales Schwert machen und da dann eins der Schwerter mit kombinieren? Wenn ich dann da die Verzauberung drauf habe. Und dann trag ich noch das andere. Magst du mir Essen geben? Magst du mir Essen geben? Wo bist du? Bei der Zuckerrohrfahrung eben. Da komm zu mir. Mh. Warte. Ich wollte jetzt gerade hier noch die Zuckerrohrdingens machen. Wie macht man das? Wie willst du das machen? Erstmal brauche ich einen unendlichen Brunnen. Was gibt's da? Das kostet... Drei Level, glaube ich, ja. Mach ich mal. Was das zusammenkostet. So, jetzt habe ich noch 17 Level und ein vollkommen fertiges Schabnis-2-Schwert. Wenn ich da jetzt noch Unbreaking draufkloppe... Das kostet wieder 6 Level. Okay, ich habe noch 11 Level und habe jetzt ein Schabnis-2-Unbreaking-1-Schwert. Das ist richtig cool. Wir sollten uns so eine Bücherei anlegen mit... ...Büchern, also verzauberten Büchern. Ich komm dich mal besuchen... ...AV. Warte... ...Du kommst mich besuchen? Ja. Bring mir Essen mit. Ich habe noch 3 Suppen dabei. Gut. Und 17 Zombie-Fleisch. Danach können wir ja nochmal in die Hölle gehen. Aber erst mal müssen wir wieder schlafen. Heißer, total kacke abzuernten, so. Der Hunger! Ja, hier. Guck mal, er ist total kacke abzuernten. Ist... Guck mal, er ist viel effektiver hier. Da kannst du einfach durchrennen und alles ab. Ja. Ja, aber so ist ähm... Farming effektiv. Wie meinst du das? Äh, mit, 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 hier... ...Effizient. Wenn man das so steht. Ich habe noch genug gemacht, aber das ist dann wirklich kein Problem. Ja, aber trotzdem ist das so effizienter. Weißt du? Aber mit 3 ist ordentlicher und schöner. Aber so ist es effizient. Lass uns das trotzdem so machen, wie wir es gemacht haben. Haben wir Coal? In der Kiste haben wir unten die Grimmsrex Coal, glaube ich. Okay. Wir müssen dringend in die Hölle. Und wir könnten uns eine Rücherei anlegen, falls... ...als auf wenn die Zubauer Farm anläuft. Ich habe irgendwie befürchtet, die ist zu weit weg, dass da nichts wächst. Doch, doch. Hier zwischen ist so ein Regenbiom. Man rennt einmal durch den Regen und kommt dann frisch gereinigt wieder zum Haus. Nice. Okay, lass uns mal schlafen gehen. Da wollen wir XP fahren in der Nacht. Nee, ich will pennen. Okay, René, komm hoch. Du kommst jetzt aber... Du kommst jetzt aber... Lass uns jetzt nochmal in die Hölle gehen, würde ich vorschlagen. Also nachdem wir geschlafen haben. Falsches, das nehme ich mal mit. Bis René kommt, sortiere ich mal mein Inventar. Was? Ja, ich liege im Bett. Ja, ich liege im Bett. Achso. Achso. Boah, mal eine unterbrechungsfreie Nacht. Nur es regnet immer noch. Nimm dir mal ein paar Tränke mit und dann... Guck mal, ob deine Rüstung noch stabil genug ist. Ich? Oder wer? Ich brauche noch einen Helm. Guck mal gerade, was das kostet, meinen Helm zu reparieren. Hä, nee, das bringt überhaupt nichts. Ich lass das mal mit dem reparieren. Außer Schwer, das war sinnvoll. Magst du mir... Was für 12 Level verzaubern? Ich hab nur 11. René, wie viel Level hast du? Ich hab nur ein Level. Ja, weil du mich gekillst. Lüge! Egal, lass uns jetzt Blaze farben und dann haben wir danach genug Level. Oder? Was würde ich sagen? Also ich baue das dann weiter. Ich brauche noch eine neue Spitzhacke vorher. Dann nimm dir mal ein paar Tränke mit. Help. Warte, ich will gerade hier mein Inventar leeren. Nice, mit einem Level auf einer Eisenspitze, Efficiency 1 und Unbreaking 1. Dann lass uns jetzt mal losgehen. Warte. Oh, magst du mir das Schwert hier die beiden zusammen verzaubern? Zusammenpacken, oder wie? Ja. Kostet 3 Level. Ja, hab ich ja nicht.